Guten Morgen, liebe Klasse! Heute möchte ich euch den Wasserkreislauf erklären. Es geht hierbei darum, dass immer gleich viel Wasser auf der Erde ist. Das Wasser kommt dann zwar in unterschiedlichen Aggregatszuständen vor, das heißt es ist mal gasförmig, mal flüssig, aber es bleibt immer gleich viel Wasser. Und das möchte ich euch anhand einer Zeichnung erklären. Ich beginne nun mit meinen Erklärungen zum Wasserkreislauf. Wie ich schon sagte, geht Wasser im Wasserkreislauf niemals verloren und auf der Erde gibt es immer gleich viel Wasser. Ihr müsst wissen, dass ein Großteil der Erde von Ozeanen bedeckt ist. Nun beginnen wir. Die Sonne erwärmt Meere, Flüsse und Seen. Wasser verdunstet und das Wasser steigt als Wasserdampf nach oben. Dann kommt der Wind mit ins Spiel. Der Wind bewegt die warme Feuchtigkeit in Richtung Meer. Daraus entstehen dann Wolken. Diese Wolken werden durch den Wind in Richtung Festland getragen. Die Wolken steigen immer höher und höher auf und es wird immer kälter und kälter. In einer gewissen Höhe bilden sich dann Tröpfchen. Der Wasserdampf fängt an zu kondensieren. Das heißt, der Wasserdampf wird wieder flüssig. Die Wassertropfen werden größer und größer und irgendwann fängt es dann an zu regnen. Es kann aber nicht nur regnen, denn wenn es sehr kalt ist, dann kann es auch schneien. Also entweder im Winter oder in sehr großen Höhen, wie hier zum Beispiel bei diesem Berg. Da kann es dann auch schneien. Diese Niederschläge, also Regen oder Schnee, kommen irgendwann wieder am Boden an. Erst sind es Rinnsale. Aus den Rinnsalen werden dann Bäche und schließlich Flüsse. Und irgendwann kommt auf diesem Weg all das Wasser wieder ins Meer. Und dann geht das Ganze von vorne los. Wie gesagt, da es ein Kreislauf ist, ist es ganz egal, wo wir anfangen. Es geht immer so weiter. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, habe ich hier in einem Topf Wasser erhitzt. Der Wasserdampf steigt jetzt auf, trifft dann hier oben auf die kältere Schöpfkelle. Und jetzt passt auf, jetzt wird dann hier oben an der Schöpfkelle aus dem Wasserdampf, wird das Wasser wieder flüssig. Passt auf, das sieht man dann gleich hier oben in Form von Tropfen. Schaut mal, seht ihr den Tropfen, der sich hier gebildet hat. Das ist dann das, weil es dann als Regen wieder zu uns auf die Erde runterkommt. Passt auf, gleich tropft es runter. Und dann kommt das Wasser. Musik 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 Ich denke, dass ihr nun verstanden habt, wie der Wasserkreislauf funktioniert. Tschüss, bis zum nächsten Mal!